hallo hier ist der martin von meinem ankl ist dass die dax analyse für nun donnerstag den vierten november 2021 unser dax präsentiert sich hier mega stark zeigt neues allzeithoch beziehungsweise zumindest so fast ich glaube also ein zwei pünktchen haben gefehlt oder wartet mal sogar drüber ich glaube war sogar drüber wenn es bloß ein punkt war ja mal 30 3 und hier ist es jetzt ein 30 dann ist das neue salzer auch herzlichen glückwunsch dax der ist hier weiter ganz gut drauf spielt hier auch ganz gut mit hat zum was was hat man gesagt wir hatten gesagt 39 900 das unten eine gute unterstützung auch so die 920 hatten gesagt also dann muss der drunter um nach unten raus zu arbeiten alles was nicht drunter geht dürfte dann eher nach oben führen wir haben eine sehr 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 schmale range gesehen über den tag die war wirklich als das war so richtig verklumpt halt nicht so richtig dass sie war richtig dicht eigentlich die hat oben eine schöne klare kante gehabt und eine schöne klare kante gehabt 60 20 oben bei 15 69 und man hat einfach dazwischen zwischen festgeklebt halten also dann hat er versucht zum abend bisschen nach unten zu tendieren oder zum nachmittag ist dann aber nicht anders als weise drunter gekommen hat sich wieder hochgedreht und ist dann oben aus der range raus gestiegen so das hat jetzt erstmal ein bisschen bewegung noch freigesetzt und da hat man ja auch gestern schon gesprochen das kann auch durch das durchgehen da jetzt der muss da jetzt nicht am allzeithoch bremsen es ist auch muss man ja immer so sagen dass ganz viele die dann zu doppeltop rufen und so weiter und so fort wenn er ruht wegdreht gerne können wir das dann nutzen aber so wenn der dax in der aufwärtsbewegung ist und wirklich nichts nach unten bestätigt dann muss man echt sich zusammenreißen dass man da halt nicht die ganze zeit short sucht na und da haben wir wirklich mehrere auch im chat halt die dann immer wieder immer wieder immer wieder da auch nur versuchen ranzugehen am ende wäre das mit einem lang halt einfacher gewesen und deswegen darauf achtet achtet auf die kerzen achtet auf die bewegung wenn ihr den sieht dass er sich nur stabilisiert dass der ruhig bleibt dann dann lasst ihm noch den raum und wenn der jetzt auch hoch geht man kann einen fehlausbruch unterstellen aber wenn man einen fehlausbruch unterstellt und man möchte ihn traden dann wartet man ab bis auch tatsächlich dann eine umkehrformation da sind sagt man nicht einfach okay ich gehe 16 40 short genau was ich mit meinem stop loss mache gucke ich mal an ich glaube der dax kommt da runter man kann ja so denken aber man muss dann auch man muss halt auch technisch richtig handeln dann einfach na und das sind immer so bewegungsphasen da fällt es ein vielen einfach schwer richtig zu handeln in dem was sie sehen die meisten die 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 verarbeiten kriegen das im kopf dann nicht verarbeiten kriegen sich auch selber nicht getreten fangen es an irgendwelche schmut zu traden an irgendwelchen schmutz und wundern sich dann dass er vielleicht eine ganze woche nur irgendwie in die tonne kloppen und überhaupt nichts bei rauskommt da einfach nur noch mal ins gewissen reingerätet na achtet darauf wenn der stärke zeigt wenn der grün ist dann eher den long mitnehmen oder wer das nicht short kann wer nicht long gehen kann dann dann halt einfach den short auch weg zu lassen bis zu dem moment wo der dax wieder unruhig wird bis er nervös wird und das sehen wir hier nicht nun dann kann ich immer noch anfangen unten raus short zu suchen zum donnerstag wäre jetzt wieder so zyklusseitig einfach so ein punkt wo man sagen könnte okay jetzt anstieg bis in den donnerstagnachmittag noch hinein um dann so ein wochen hoch zu finden wäre als zyklisch betrachtet so vom wochenverlauf in dax ganz üblich ja so dass man dem bis nachmittag also ich würde jetzt bis nachmittag einfach noch ein bisschen leine geben und sollte der dann anfangen sich wegzudrehen dann sieht man sehr oft dass am freitag schon so eine kleine konsolidierung eingeleitet wird aber noch nicht losgeht der der klemmt sich dann erstmal einfach da auf hohem niveau fest fängt ein bisschen an kleinere tiefere tiefs auszuarbeiten dann kommt so montag dienstag die ersten richtigen rücksetzer wieder und das passt eigentlich auch schön auf den pfeil den wir gemalt haben weil wir hatten ja auch gesagt er kann ja noch ein gutes stück nach oben der kann auch direkt schon durch steht jetzt am allzeithoch kann er zum donnerstag natürlich jetzt einfach durchstechen dass wir jetzt überhaupt kein akt wir hatten ja gesagt wichtig wird der eine tagesschluss oben raus und danach das ist der ist noch nicht fertig ne er ist noch nicht oben raus per tagesschluss das heißt eine tages kerze fehlt noch schon schon alleine wenn man negativ denkt und sagt okay der macht bestimmt das was ich hier die ganze zeit gemacht hat dann war es immer so egal wo das hoch war hier kam die eine kerze ran das ist die kerze die ran ging ans allzeithoch dann kommen noch eine kerze kräftig drüber und dann fing er dax an erst mal wieder zu konsolidieren das hat er immer hier gemacht egal wo man hier ansetzt der hat sich immer erst raus gestellt dann noch mal ein bisschen zur seite und dann ist er erst weg gedreht deswegen würde ich sagen lassen wir zum donnerstag oben noch seinen spielraum können auch gerne untergeordnet jetzt gleich noch mal reingucken aber habt bitte das große bild vor augen wir hatten den abwärtstrend gebrochen haben per pullback bestätigt hatten gesagt es verschottet erst mal kein gutes umfeld mehr so lange bis er da wieder zurück fällt dass man sich gegeben falls aushält short erstmal zurück stellt im zweifel den einfach oben machen lässt wenn man unten haben will aber sich auf keinen fall die irgendwie verkämpft drin weil das dann einfach statistische long vorteil ist so und das spielte momentan weiterhin in bravour aus ja und deswegen geht in euch wenn ihr merkt die handelten ganzen tag nur short passt es zu dem tag seht ihr das und dann entsprechend einfach ein bisschen darauf achten so jetzt gehen wir noch untergeordnet rein da hat er sich jetzt rausgeschoben hier sieht man auch diese 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 knackige serien ist wirklich sehr 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 enge range die hat sie gelöst das ist nun natürlich von oben eine super unterstützung am donnerstag sollte sollte schwungvoll runter starten von 69 kann man sich relativ leicht dann auch wieder hochdrehen weitere hochs generieren kritisch wird es in dem sinne dann erst wenn die range auch nach unten gerissen wird 920 geht bitte davon aus dass das erste umkehrsignal auch ein fehlssignal werden wird geht man besser davon aus dass wenn du unter die 920 drunter schlägt dann eine grüne fette stundenkerze hinterher ballert und sich wieder komplett hochdreht das ist vielleicht so im bereich um 900 910 sich einfach zügig dann wieder aufdreht und das nochmal umprobiert wäre wäre aber ein erstes gutes anzeichen dass wir vielleicht auch zum freitag montag dann ein bisschen tiefer kommen aber bis dahin ist das jetzt erst eine unterstützung 960 und alles was unter 920 geht wäre dann ein wechsel in der hochtief folge sprich eine mögliche umkehr solange die noch nicht ist lassen wir oben erstmal noch spielraum auch wenn die 1630 natürlich ein wichtiger widerstand ist ne selbstverständlich kann ein doppeltop entstehen aber solange das nicht da ist und bestätigt wird durch rote bewegung nach unten wäre es einfach zu früh jetzt zu sagen doppeltop hier muss man jetzt short rein weil er hat es natürlich viel leichter einfach gerade durchzusteigen im aufwärtscapt zum donnerstag jetzt rein zu starten 1650 keine ahnung 1660 und direkt noch durchzulaufen bis zur 16118 oder vielleicht eben sogar gleich bis in den bereich oben 16230 16245 das ist alles ziemlich leicht erreichbar wie gesagt ich könnte mir vorstellen dass sich der dax bis zum nachmittag ganz gut nach oben noch geschoben kriegt und dann anfängt langsam zurück zu gleiten rücklauf ziel egal von wo er ist ist dann immer die die 15.960 hier auch wenn er von 2.30 nach unten kommt wird das dann support zone und ja meine erwartungshaltung wäre jetzt wie gesagt gegebenenfalls vielleicht ein schwacher start wenn china wieder schwach ist die waren jetzt die ganzen tage immer schwach reingekommen wenn er wieder einen schwachen start bildet dass er sich hier in 960 aufdreht wieder hoch schiebt raus stellt über die in die 16118 oder sogar höher reingeht und dann irgendwann in den bereich zum nachmittag dann langsam anfängt fahrt rauszunehmen und gleich schon den ersten ersten rücklauf dann auch einzuleiten so alles was würde mich unten überraschen wenn er einen abwärtsgep bringt und die 15.960 nicht nach oben aufdreht dann wäre 920 der nächste wichtige punkt und ich sag mal wenn der nicht dreht dann wird auch wieder eine 810 interessant das hat man gestern glaube ich auch gesagt wenn die 920 920 ne das haben wir gestern genauso gesagt wenn die 920 fällt dann geht es hier runter 15.830 15.810 und das würde ich hier auch weiterhin so sehen aber da muss er halt auch da muss er wirklich fette rote stundenkerzen von der 16.30 nach unten durchdrücken wirklich klar zeigen ich will hier doppeltop spielen und dann kann man ihm auch folgen sieht man aber hier nur grüne kerzen stabilität ruhe seitwärts weiter hoch dann ist das long das ist einfach so ne und das hat keinen sinn sich da zu verkämpfen nachher dreht er an der 230 nicht um läuft direkt hoch bis 16 16.500 hat man nichts gekonnt wenn man sich hier irgendwo verkämpft hat ne dann lieber abwarten bis das wieder ein bisschen blutiger wird bis er unruhiger wird bis er schön nach unten strahlt dann schordet sich das viel 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 leichter wie wenn man den ganzen Tag nur grüne kerzen drin hat stabilität drin hat ruhe drin hat das wird einem einfach nicht gedankt das ist halt so und das merkt ihr auch selber ne also die die sich davon angesprochen fühlen das wichtige ist dann halt bloß auch im Kopf umzuschalten halt ne und wirklich auf die kerzenfarben zu achten auch nicht jetzt anzufangen wenn ich sie die ganze zeit hoch zu short gesucht hat und dann kommen jetzt plötzlich fette rote kerzen nach unten dann plötzlich zu sagen na jetzt gehe ich dann halt mal long ne gut dann höre ich halt mal auf den Martin gehe ich halt mal long das ist das ist auch nicht richtig und das ist aber instinktiv in uns drin und das machen viele so ne die buttern oben hoch zu und die grünen kerzen die ganze zeit short 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 wollen die ganze zeit dass der markt fällt und kaum fängt der markt anzufallen dann wollen die plötzlich long weil sie sich sagen naja die paar punkte hoch zu nehme ich mir dann doch noch mit und dann kippt die bude um und drückt sich unten richtig durch na also da wirklich schön aufpassen dass ihr mit der bewegung arbeitet und mit den kerzen und nicht nicht immer nur so dagegen das ist eine trendbewegung hier gerade wieder da funktioniert sowas einfach nicht das funktioniert in seitwärts merken da kann man das schön ausspielen aber eben nicht in trendbewegung das funktioniert einfach nicht wenn man sich da nur gegenlegt das hat man nur Positionen die ewig ins Minus rauslaufen da gewinnt man keine Preise mit das ist einfach so alles klar dann wir haben drüber gesprochen 9,20 unten wichtig 18 unten wichtig die 9,60 wichtig für Rückläufe und oben Ziele haben wir 16,30 das wird natürlich auch von oben kommen dann auch eine kleine Unterstützung dann die 16,1,18 16,2,30 16,2,45 alles erreichbar Freunde hoffe der eine oder andere hat vielleicht auch auf mentaler Begleitungsebene hier noch was mitgenommen nicht bloß die Kursziele rausgeschnappt und wie gesagt bleibt vernünftig das sind ich weiß das einfach wir Begleitung schon seit so vielen Jahren Tradern bei uns in der Community das ist halt das machen immer die Leute das machen eigentlich fast alle das gleiche immer wieder falsch sind immer wieder die gleichen Dinge aber man kann sich das abtrainieren das geht halt man muss bloß selber an sich dran arbeiten und immer nicht nur heute und auch nicht nur morgen immer versuchen in der Bewegung zu bleiben nicht gegen die Bewegung das ist ganz 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 wichtig auch wenn unser Instinkt sagt das muss wieder dahin zurück wo es hergekommen ist und das Unbekannte in der anderen Richtung ist uns fremd das müssen wir abhaken das muss weg das hilft uns nicht in solchen Bewegungsphasen aber wie gesagt also ich halte es schon für denkbar dass wir jetzt zum Donnerstag noch ein bisschen Auslaufgruben kriegen auch ein neues Allzeit hochsetzen und dann über Freitag Montag Dienstag mal einen Rücklauf bringen der muss aber nicht so weit kommen ideal wäre natürlich in den Bereich hier rein auch die die 710 dieses Gap hier so das wäre schon Idealzone für den Rücklauf Minimum eigentlich auch minimal Rücklaufzone für den Rücklauf hier so 780 bis 710 aber wie gesagt wartet da auch wirklich eine Umkehr und schöne rote Kerzen ab nicht zu früh schon dagegen stellen das ist alles Geld was man oben rausliegen das dann halt ich mache hier zu wünsche euch Spaß wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss